Okay, ist das gut so? Ja, also, du bist noch gar nicht drin. Wie, ich bin noch nicht drin? Nee, du bist zu weit links. Aha, aha. Mhm, ja. Ja. Ja, genau da, genau da. Oha, ja. Ja. Hallo, wir sind Mia und Lars. Und wir sagen herzlich willkommen zum neuen Kanal Knickknack. Wir sprechen über alles, was das Thema Liebe und Sex betrifft. Zum ersten Mal. Also, was könnte es für ein besseres Video, beziehungsweise Thema für ein Video geben, als das erste Mal? Sag mal, Lars, wie war eigentlich dein erstes Mal? Kurz. Und fast schmerzfrei. Die Alte da hinten, die schaut mich schon länger Zeit an. Die ist scharf auf mich, die will mich. Und ich habe so ein Gefühl, heute ist es so weit. Heute ist es endlich so weit. Ich gehe einfach mal rüber, gucken, was passiert. Okay? Mhm. Das war's, Alter. Mein erstes Mal. Ich bin nicht mehr Jungfrau. Geil, oder? Na, Kleiner? Noch eine zweite Runde? Klar, wieso nicht? Gerade für Frauen ist das erste Mal ein aufregendes Thema. Wird es wehtun? Wird es bluten? Ist er überhaupt der Richtige? Ja, auch Jung stellen sich viele Fragen. Wie zum Beispiel, sind wir bis 15.30 fertig? Der FC spielt in München. Sehe ich nackt überhaupt gut genug aus? Oder warum haben Männer eigentlich Brustwarzen? Wir gehen ja nicht mehr Milch. Lars. Ja, was ich damit sagen will, für Jungs ist die Aufregung auch sehr groß. Genau, das erste Mal ist für beide etwas ganz Besonderes. So. Hm. Hätte ich mich nochmal rasieren müssen? Ah, geht noch. Lieber ein bisschen Prüde? Ach, beim ersten Mal muss man ja nicht schon alles geben. Dann nehme ich einfach den. Wichtig ist, dass ihr euch nicht drängen lasst. Ihr selber müsst euch bereit fühlen und wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Es muss ja auch nichts perfekt klappen. Wichtig ist, dass ihr miteinander sprecht und euch gegenseitig kennenlernt. Also, ich will jetzt auch nicht damit sagen, dass ihr das erste Mal komplett durchplanen müsst. Aber es hilft schon, wenn man sich ein wenig besser kennt und sich mit ihm oder ihr wohlfühlt. Okay, warte ich mal. Ähm, alles gut? Mhm. Gut. Ich versuche gerade noch mal schöne Musik für den Hintergrund. Ach, jetzt hoffe ich es was. Das Thema des heutigen Podcasts ist die eibliche Vulva. Ähm. Okay. Ja, ähm, hast du, ähm, Kondome? Ja, klar. Klar, hab ich. Guck. Ganz viel. Also, wir sind ausgerüstet. Wir können direkt loslegen. Ah ja, ich glaube, ich mach mich noch kurz frisch. Alles klar. Frisch machen. Ja, bin ich. Ja, ich auch. Cool, dann, ähm, alles gut? Mhm. Gut. Ist das gut so? Nein, was mach... Aua! Entschuldigung. Oh, was ist das denn? Ah ja, genau da, genau da. Okay, kannst du loslegen? Ich denke schon. Okay. Egal, wie euer erstes Mal verläuft, seid nicht enttäuscht, denn das erste Mal hat nichts damit zu tun, was man zum Beispiel in Porno-Videos sieht. Ich hab gehört, ich soll hier ein Rohr verlegen. Ihr lernt einen fremden Körper kennen, egal ob vom anderen Geschlecht oder dem gleichen. Ihr lernt eure Sexualität und die des anderen erst kennen. Auch ein fremder Körper des gleichen Geschlechts reagiert anders als eurer. Aber Hauptsache, ihr seid sicher unterwegs. Und Kondome kaufen ist ganz einfach. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, wenn ihr mehr zum Thema Liebe und Sex erfahren wollt. Das war unser erstes Mal auf YouTube. War nicht so gut? Ja, ich überleg mir noch was. Ja, wir wollen weiter fleißig Themen zu Liebe und Sex diskutieren. Also schreibt in die Kommentare, was euch bewegt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Fannst du das auch schön? Ja. Wir können das ja auch analysieren. Hier, guck mal. Ich hab das ja gefilmt. Ich hab das kurz ganz vergessen. Ey Lars, das ist nicht dein Ernst. Ja doch. Ich dachte, das ist gut für uns. Verstehst du? Hier merke ich schon beim Vorspielen, da gehen die beiden nicht so krass ran. Da merkst du auch schon, also du hast sichtlich Respekt vor meinem...